Ein Meisterwerk, meine Damen und Herren, das das Rembrandt Museum in Wolfsburg erworben hat. Letzte Woche für geschätzte 90 Millionen Euro von einem anonymen Bieter in London auf Wanderausstellung. Und falls Sie sich in diesem Meisterwerk nicht alleine richtig einarbeiten können, möchten wir Ihnen eine kleine Verständnishilfe für den künstlerischen Einstieg anbieten. Das Bildnis, die Hatz von Wolfsburg, besticht durch eine verwendete Dynamik. Die enigmatische Anonymisierung der Kernfiguren formuliert einen dramatischen Subakkord idiosynkratischen Grimms. Es zeigt den Sportler Stefan Effenberg in seinem Mittelklasseviertel. Getrieben von biblischem Furor stellt er einem nassforschen Knipser nach. Die entschlossene Körperhaltung des Effenberg verrät vor allem eines. Er möchte dem Knipser sehr, sehr wehtun. Dabei würden ihm seine Herzogenauracher-Schlappen wertvolle Dienste leisten. Hier finden die schrundigen Alt-Profi-Füße ihr schwitziges Bett. Die preiswerte Funktionshose aus Elastan mit aufgesetzten Pattentaschen verweist auf das karge Salär eines Wolfsburger Mittelfeldkaspers. Ihn zur Seite, leicht versetzt, eine energische Blonde in der Nachhut. Ihre kräftigen Schenkel bezeugen das harte Los eines Bundesliga-Wanderpokals. Auf die Strünsche dürstet man den warmen Blut des Knipsers. Im linken Bildhintergrund vervollständigt ein radfahrender Adoleszent das jammervolle Tableau. Seine Haltung offenbart eine tiefe Verstörtheit. Und aus der zitternden Knabenkehle möchte es schier gellen. Na prima, jetzt wohne ich wirklich in einem Assi-Viertel. Toll, dass es auch für solche Bilder Bundeszuschüsse gibt, damit unsere Museen sich das leisten können.